Musik Musik Nein! Man hat mich gesehen Sei ja leise, verrat mich nicht. Sie dürfte in meinem Alter sein. Vielleicht etwas älter. Hm, hilf mir und ich werde es ihm nicht erzählen. Das ist egal, spring über deinen eigenen Schatten. Hm, was wir sehen? Es war wirklich nicht einer von ihnen. Es war wirklich nicht. Okay. Eww, gross. Ich weiß, richtig? Du musst es bandieren, wie mein Vater macht. Ja, ich weiß. Hilf mir. Ich brauche nur etwas, um es zu schützen. Ich bin Clementine. Ja, es ist. Ich werde dir helfen. Gut, danke. Ich bin Sarah. Ah, ich bin Clementine. Ich bin Clementine. Wir sind Freunde. Genau? Wir können beste Freunde sein. Ich habe noch nie eine Frau von meinem Alter gesehen. Es ist schwer, die einzige Frau zu sein. Rebecca ist okay. Aber sie ist älter. Und das ist es. Und wenn sie ihr Baby sind in der Kontrolle, dann wird sie in der Kontrolle. Ich stimme mir einfach mal zu, denn man kann in dieser Welt nie genug Freunde haben, die einem bereitwillig helfen. Ja. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Ich versuche? Es ist wichtig. Freunde müssen uns zu glauben, egal was. Du versuchst oder nicht? Ich versuchst. Ich versuchst. Ich versuchst. Ich versuchst. Freunde. Da schlagen wir ein. Kleiner Finger. Ich versuchst. Oh. Ich versuchst. 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 Was ist wirklich denn du auch ges嘆st? Puh. Wer hier drin wohl sein mag. Es scheint niemand da zu sein. Puh. Ach. Okay, wir schauen mal nach, ob wir noch irgendetwas brauchbares finden können, auch wenn jede weitere Minute in diesem Haus eine Uhr... Ich hoffe, ich bin nicht gerade in dem Zimmer, in dem ich vorhin am Fenster stand. Was haben wir denn hier? Board Game... Jede weitere Minute bedeutet entdeckt zu werden. Ich sollte hier schleunigst verschwinden. Okay, ich glaube, wir finden hier nichts mehr Großartiges, deswegen würde ich sagen, raus hier. Okay, Luft scheint rein zu sein. Ich würde sagen, ich versuche es im Bad. Oh Gott. Denn dort habe ich nämlich auch Wasser, womit ich mich reinigen kann. So... Ich würde sagen, was haben wir hier? Hmm, wie muss ich das jetzt verwenden? Okay... Wenn ich das hier mit... Okay, so das... Ich vermute mal, das hier ist nicht der richtige Ort. Also werde ich mal schauen, dass ich das Haus wieder verlasse, und zwar ohne entdeckt zu werden. Und dann... Oh, diese Holzstufen... Die sind ja übel. Die scheinen noch in der Küche zu sein. So... Geschafft. So, und jetzt mal den Arm verarzten. So... Das sieht es auch schon mal nicht mehr so unangenehm aus für andere Leute, wenn sie mich sehen. Als erstes natürlich reinigen. Oh, das wird es gleich wehtun, fürchte ich. Zwei steigt, kleines Mädchen. Oh, yeah. Einmal mit einer Nadel bitte. Aber sie macht es schon ganz gut. Könnte meinen, sie hätte es irgendwo schon mal gesehen oder gelernt. Oh, das wird noch mehr wehtun. Einmal mit einer Nadel. Eeeee. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hm, Lecker. Ich glaube schon, wir müssen das noch zweimal tun. Mindestens. Und rein damit. Wer schon mal genäht wurde, kann die Schmerzen nachfühlen. Wenn es nicht professionell gemacht wird. Reicht noch einmal? Reicht es? Nein, ich fürchte wir müssen noch eine Runde. Und durchziehen. Einmal müssen wir noch. Eieieiei. Komm schon durch. Und jetzt verbinden. Sie hat es gut gemacht. Das könnte in der Tat eine Chance haben zu verheilen. Jetzt sind wir das Ding runtergefahren und sagen, Mist. Nein. Verdammt. Eieieiei. 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 Runter von mir. Eieieiei. Verdammt, verdammt. So, jetzt aber. Und an die Rübe. Und an die Rübe. Die Garten. Jawoll. Eieieieiei. Eieieieiei. Eieieiei. Eieieiei. Zäh. Wir sind tot. Ich mache's jetzt noch einmal. Und danach bleibt sie tot. see... Haben wir wirklich umgeknabbert? Das darf nur einer und das für dich selber. Alter, du stinkst wie zähnackte Neger. Ich meine zähnackte Schweine. War ein Schweine eigentlich schon mal angezogen? Bam! Oh, verdammt. Okay. Und verdammt, weg mit dem Gerippe hier. Alter, das... Ja, und zack. So. So, jetzt muss ich doch hier irgendwas verwenden können. Aha, bam! Und jetzt geht es eins über die Rübe, mein Freund. Bam! Ah, ganz schön widerstandsfähig. Obwohl die Körper normal ist, recht. Ja... Auch dies wurde geschafft. Oh, verdammt. Ich hab das Gefühl, ich bin entdeckt worden. Und das ist nicht gut. Pfff... Are you alright? I'm still... not... bitten. Rafft es endlich! I never was. And you left me out here, to die. You patched yourself up? dass wir das nicht einfach mal auf der Bühne gemacht haben. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wichtig.